das war lecker ja einen wunderschönen guten namen zusammen und herzlich willkommen hier bei lokas live of twitch.de wie mit dem loris aus essen im ruhrgebiet und einer runde euro truck simulator 2 hier in die schweiz durch österreich das ist so eine schöne tour mit milch nach bern ja ja kann ich dir später erklären wie wie das funktioniert erstmal big ups hier an baby schön dass ihr schon da seid so geschrieben scheibenwasser frostschutz ja habe ich doch mal spontan um die ecke da ist er ganz viel milch sinngemäß sind das videos die mit einer video video wiedergabe quelle eingerichtet wurden da ich das normale obs benutze und nicht dieses streamlabs ding und ich den vlc media player installiert habe gibt es eine wiedergabe quelle dort audio wiedergabe quelle beziehungsweise überhaupt video wiedergabe die nennt sich auch vlc kannst du direkt im obs auswählen ohne dass du das ohne dass du den vlc starten muss und dann gibst du dann eine playlist und sagst du ihm zufällig wiedergeben und das gute dabei ist der ton wird dann direkt innerhalb vom obs generiert und nicht von der soundkarte was den vorteil hat du brauchst nicht deine mikrofone ausmachen du kannst einfach auf diesem bildschirm umschalten und obwohl mikrofone laufen vielleicht läuft schon ein game im hintergrund oder sonst irgendwas die leute auf dem stream hören nur den player und nicht das was du sonst noch so am rechner machst das ist eine ziemlich praktische geschichte wenn du ja wie wir jetzt zwischen den spielen spiel wechseln oder so machst du im wartebildschirm mit der musik hört man im hintergrund nicht kannst du noch mal kurz irgendwas besprechen oder beherzt ins mikrofon rülpsen oder was auch immer und man hört es nicht also richtig gut so für für pausenbildschirme eben ja und du brauchst halt dein mikrofon auch nicht ausmachen keine pegel runterdrehen sonst was drückst nur steuerung alt und dann die nummer von deiner szene und dann wechselt es dahin oder alle sind glücklich kleiner blick ich muss mal eben auf dem pause bildschirm gehen und mal kurz hier in die konsole weinschauen nach was ist denn das trailer position auf die breite player und trainer das ist egal sound buffer fehler aha deswegen ruckelt das spiel immer mal wieder das sind sound probleme ok ganz kleinen blick weil ich habe gestern noch einiges ausprobiert und das ruckelte egal was ich gemacht habe deswegen muss ich mal eben auch mein profil zurück kleinen blick namen jason so und da schauen wir jetzt mal in den mod manager und jetzt nehmen wir mal hier das einmal raus und gucken ob es dann jetzt immer noch passiert war früher ist es ja nicht passiert was soll das also alles was ich irgendwie geändert habe jetzt mal einmal zurücknehmen learning by doing trial and error das ist halt das problem wenn du mit mods arbeitet sie müssen halt richtig vernünftig geschrieben sein ansonsten gibt es halt zwischendurch probleme aber naja da muss man sich halt so da sind wir jetzt unten sound buffer er war immer noch wieso wieso ist das so und manager machen wir hier mal ein sound fix ist mal ganz raus vielleicht braucht der update dass damit irgendwas nicht klar kommt schauen wir mal schauen wir doch mal ja sound fixes ist der übeltäter aktuell schade naja warten wir für auf ein update und dann nächstes mal geht es wahrscheinlich wieder besser ok setzen wir die tour von budapest nach bern jetzt fort wir sind ja immer noch in budapest und zwar entspannt mitten auf der autobahn aber irgendwie tut sich gar nicht ich glaube jetzt hängt er sich auf gerade ja platsch ja das passiert dann auch schon mal wenn man die äh mods hin und her schiebt und entfernt kein problem kein problem dann braucht man es in der regel noch mal neu starten und dann klappt es wieder ja das ist das mit den mods aber darauf verzichten möchte ich auch nicht so sound fixes pack fehlt an der stelle müsste aber trotzdem laden jetzt hoffe ich hoffe ich dass das nur jetzt am puffer lag aber ich gehe da schwer von aus ja ihr hört im hintergrund schon wir sind mit allem was wir getan haben heute sehr spät dran so dann kann es ja weiter gehen ja und nicht doch ich dass gewalt Schmutz muss das sein. Ach Mensch, ich kann mal ein Pizze in der Hand nehmen. Kannst mir auf dem Rückweg meine Dampfe mitbringen? Das wäre super süß von dir. Fuck. Ich kommentiere dich jetzt nicht. Don't mess with me about vaping. Ja, es funktioniert und bis jetzt ruckelfrei. Habe ich jetzt eigentlich die Traffic Mod drauf? Ich glaube ja, sonst wäre glaube ich um die Uhrzeit gar nichts mehr los. Es ist ja 1.27 Uhr. Aber wir werden es sehen. Ich habe auch wieder DPS Realistic Traffic genommen. Ich bin mal gespannt, weil DP hat jetzt auch wieder ein Update gemacht. Aber im American Truck Simulator zum Beispiel ist diese DPS Traffic absolut nicht fahrbar. Weil offensichtlich ist das Straßennetzwerk gar nicht auf so viel Verkehr ausgelegt. Und die KI stellt sich da so zu, dass wenn du dir ein bisschen Zeit lässt bei der Firma zum Aufladen, dann kommst du da nicht mehr raus. Dann hast du eine 60 Kilometer lange Schlange vor der Firma und alle parken deine Ausfahrt zu, sodass du nicht mal eben rausziehen kannst. Und fahren dann natürlich auch verdammt aggressiv. Ja und das ist dann überhaupt nicht spielbar. Während die DPS Realistic Traffic Mod im Euro Truck Simulator richtig geil funktioniert. Also das ist dann wahrscheinlich nicht auf die US Straßenverkehrsregeln angepasst oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. So, da vorne gehen wir jetzt mal eben tanken. Ja, was mit euch. Ich hoffe, ihr hattet alle eine coole, gute Woche. Ich hoffe, es geht euch gut. Falls nicht, auch nicht schlimm. Es wird nämlich wieder besser. Kann man sich darauf freuen. Ich bin noch nicht mehr auf der Firma drauf. Bin noch schon runter, Baby. Genau. Was trinken sonst die Kinder, wenn ich die Milch nicht bringe, ne? Was haben wir hier? Fail to Open Vehicles, Mercedes, Actors, Bra, 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 Bra. Ja, das ist aber nicht schlimm. Das sind nur, äh, outrated Falls. Das macht nichts. So. Guck mal da. Schon die Schlange am Schlüssel hier. Also wollen wir jetzt nicht lange. Da. Wollen wir die nicht lange warten lassen. 710 Euro für 628 Liter. Ist okay. Kurs kann so sein. Weiter geht's. Bezahlt ist. Bezahlt ist. Ja. Gerade Soundmods können dir richtig einen von der Performance runterwägeln. Da weißt du dann teilweise echt nicht mehr was Phase ist. Ey, hier ist doch 80, Mensch. So, dann mal auf in eine hoffentlich entspannte Fahrt. Aktuell habe ich noch die Late Autumn, Early Winter Mod drauf, die das Wetter so an den Spätherbst jetzt anpasst. Und ja, es kommt auch hin. Draußen ist ja heute das erste Mal in diesem Winter, in dieser Saison, sagen wir mal, in dieser, ja, ist ja fast schon Winter. Beginnt ja offiziell erst im Dezember irgendwann. Aber für mich ist Mitte, Ende November ist für mich immer schon Winter. So, das ist jetzt erst das erste Mal auch richtig arschkalt schon gewesen. Wir hatten auch schon, ich musste heute Morgen schon kratzen beim Auto. So, ich muss jetzt noch mal aufhören. 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 Einen wunderschönen guten Abend, Gronzo, mein Freund. Mein Lieblingsbayer ist wieder da. Ne, ich rase nie, weißt du doch. Ich bin ein gemütlicher Fahnenstichtrucker. Ne, ich habe einen Hessen, der jetzt in Bayern wohnt. Und die Neymar kommt auch aus Bayern. Aber gut, die zählt nicht. Sie ist ja eine Frau. Sie ist ja meine Lieblingsbayerin. Aber stimmt, sonst habe ich nicht so viele Bayern. Bist du eigentlich mal selber Truck gefahren, Gronzo? Ich habe im neulich ein Youtube-Video von einem Trucker gesehen. Der hatte voll eins zu eins deine Stimme. War schon ein bisschen älter. Ja, Euro Truck Simulator in der After-Hour-Session nach der Sendung. Ja klar, wie weit soll ich denn da kommen? Bis die Kiste im Graben liegt. Nee, der Typ war im Fernverkehr unterwegs. So, da geht es nach Liemens. Ins Königreich Austerlitsch. Na, das ist ein Job, den musst du ja lieben. Das musst du lieben. Da musst du für gemacht sein ansonsten. Ich könnte es jetzt auch nicht. Nahverkehr ist ja sowieso extrem stressig. Da kannst du ja überhaupt nicht zwischendurch mal entspannen. Aber Nahverkehr wäre das einzige, was für mich halt dann in Frage käme. Damit ich halt jeden Abend, äh, dann auch zu Hause bei Frau und Kind bin. Im Fernverkehr, da bist du dann mal zu Hause. Wenn du Glück hast, bist du mal am Wochenende da. Also, aber egal. Ich bin mit meinem aktuellen Job eigentlich sehr zufrieden. Und das ist gutes Geld. Von daher. Das passt schon. Oh, auf der Route hier bin ich noch gar nicht gewesen. Sieh mal eine an. Ja, hier kommt ein Stückchen. Da kann man tatsächlich 90 fahren. Ich bin begeistert. Jawoll. 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 Die Fahrerkarte. ja müsste es ohne operator sein mit einem eigenen truck unterwegs und dann fährst du mit zwei leuten aber so ich muss mal eben kurz hier kleiner blick jason guck mal dass ich gleich hier irgendwo kurz auf den standstreifen kommen aber bei einer auffahrt ist das nicht unbedingt jetzt so muss man eben rechts ran fahren und meinen guten sohn gute nacht sagen und engel ins bettchen bringe du darfst ruhig sprechen jonas ja ich werde mich jetzt hier hin fahren blinker rein bin sofort wieder da könnt ihr den vorbeirauschenden verkehr beobachten oh ja Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 auf geht's ja was ist denn eine wohlstandsklauze ja das war teuer so hier ist auch schon wieder 80 jetzt die autobahn vorbei ich weiß nicht was das jetzt hier noch ist aber ums buden ranzen die halben passanten will ich immer noch mal gerne sehen kantiere naval winchie So, das sieht aus, als wäre jetzt hier... Ja, 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 als wäre jetzt hier Stadtgebiet. Ich steige gerade auf die Bremse und schon blitzen sie mich, die Affen. Naja. Aufgeschissen. Ist doch gar nicht vage und so. Ist doch gar nicht vage. Naja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja ich muss halt besser aufpassen ich war jetzt so auf den chat konzentriert dass ich nicht aufs navi geachtet habe ich wusste nur okay ich muss ja sowieso durch genau ab 23 uhr gibt es am bumsbude aber schon mal ein hinweis vorab nächste woche werden wir wahrscheinlich so bis 0 uhr zocken und dann ausmachen weil ich nächste woche samstag früh raus muss deswegen nächste woche samstag fertig show dann aus die und die session nächste woche freitag meine ich die session dann aus und so dann mache ich garantiert nicht um zwölf oder so aus ich weiß wenn ich anfangen aufzulegen dann eskaliert das doch immer das soll jedes mal nein solange mein junge noch wach ist auf ist und hier durch die gegend begundelt besaufe ich mich nicht das ist so ein prinzip von daher gibt es keine party den twitch arcade modus ist weg wenn du einmal rechts in den chat rein klicks oder so und dann nicht mehr mit der maus über den bildschirm geht geht dann wird das immer ausgeblendet nach zwei drei sekunden ja ich dachte mir das ist eigentlich ganz ganz witzig wenn die leute nebenher noch ein bisschen was zocken können ich habe es auch in einem aus dem radio stream auch reingebastelt aber wie gesagt wenn man da nicht übers fenster ist mit der maus sondern halt daneben und in den chat rein klickt dann wird das ausgeblendet ja für manche mag es passen jetzt zieht er hinter mir raus und setzt sich dann daneben dieser blöde hirnverbrannte spassi da gesehen wahrscheinlich bmw ne am mittelfinger kann ich ja hier nicht eigentlich müssten wir es eine extra taste geben dass er dann rechts den den arm von dem fahrer kurz eingeblendet sie ist ja dann der mittelfinger streckt weißt du dann fahr ich geradeaus durch leck mich leck mich leck mich leck mich leck mich leck mich da geht die spur weg der trucker blinkt links was macht man ja man verhält sich wie der letzte dreck glaubt mal leute seitdem ich den truck simulator zocke und bedingt durch mein interesse an großer großen fahrzeugen und schwerer technologie halt auch youtube channels zu dem thema gucke wie das bei den leuten im real life so abläuft seitdem fahr ich auf der autobahn ganz anders was trucker angeht ich halte ein bisschen abstand bevor ich wieder vor dem rein ziehe weil die garantiert da ihre 40 bis 60 meter abstand einprogrammiert haben und sonst wieder runter gebremst werden ich guck dass ich die nicht vor den bergen ausbremst und alles mögliche aber naja so viel empathie zeigen nicht viele menschen außer vielleicht andere trucker teilweise fahren die aber auch für die letzten säure das muss man schon sagen aber trotzdem wenn man so ein bisschen grundwissen hat darüber also ich persönlich kann dann nicht anders wie ein bisschen rücksicht auf die zu nehmen ja ich sehe dann ja auch hier beim sascha vernünftig beispielsweise auf dem youtube channel öfter wieder eine andere trucker millimeter vor ihm da rein ziehen oder wenn sie abfahren wollen schon wasser da ist dann abfahrt 50 meter vorne von einem berg aber mit einer eigenen abfahrtspur auf die man dann halt letzten endes wechseln muss aber sie bremsen schon total runter wo sie noch auf der normalen bahn sind und nicht auf der abfahrtspur und bremsen damit den gesamten verkehr hinter ihnen aus das finde ich immer absolut assi und vor allen dingen die trucks die dann hinter denen kommen die nicht abfahren müssen sondern den berg hoch wollen die werden sie dann erstmal schön auf 40 runter gebremst vorher händlerhaftes verhalten sage ich händlerhaftes verhalten also ab und zu so mikroruckler habe ich immer noch drin muss ich mal gucken woran das noch liegt wahrscheinlich muss ich mal die ganzen mods updaten die traffic mods hier mit den zusätzlichen fahrzeugen fahrzeugmodellen die sind bestimmt schon zwei drei monate alt da gab es so viele updates ich update die dinger immer erst wenn irgendwas nicht funktioniert so wie jetzt hmmm scherrie kork hmmm scherrie kork Nable 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 Geilste sind dann über Funk immer diese Edeltrucker, die sich über alles mögliche aufregen. So, schaut euch die Berge an, meine Freunde. Ich will Berge sehen, Gandalf Berge. Und schon wieder fängt es an zu pissen. Wirklich jede Tour, die ich in letzter Zeit fahre. Wirklich jede Tour, die ich in der Zeit fahre. ja 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 erst mal hier es ist gut und ich habe ich schon mal gepatcht vorhin ja einer für tankstelle rückstau ich habe da wieder ds war gott so naja sagen wir mal ich versuche es zu nennen was ist hier los kaum fallen mal fünf tropfen regen drehen sie alle durch was für eine bodendelle du darfst auch nur noch 80 du spezialist aber ich jetzt kackfrech sehr gut wir fahren hier heute schon wieder wie die besenken soll 40 grad im schatten habe ich wenn ich amerikan einfach fahren Das war's. jetzt haben sie es kapiert mein jv ist kaputt krieg ich ein neues maut maut Das war's für heute. Ja, du darfst reinkommen. Was hast du da mit dem Geist? Hier, hast du schon mal ein kleines Ersatz? Ein kleines Ersatz, Davy, niedlich. Seit wann ist denn hier eine Baustelle? Fuck. Digi, sitz ich. Davy, sei wieder normal. Das andere Extrem ist auch nicht witzig. Hä, wenn du normal bist, bist du langweilig? Was? Sei halt wieder Davy. Jo, Gonzo, wir sehen uns dann nachher. Kannst du es gerne versuchen, Fumpy, wenn du dran kommst. Jetzt ist der wie AFK. Menno. Den Penner will ich nicht mehr vor mir haben. Sorry für die Belästigung, Leute. Jetzt könnt ihr wieder Gas geben. Aber ich hatte da echt eine Schnarchnase vor mir. Dann guck mal, war ja alles frei, bist du da auf dem Meni. Dann geht's ja. Und rechnen jetzt noch? Na klar. Und wie. Yeah. Durch tausend Hunde musst du gehen. Und wie. Und wie. Und wie. Und wie. Und wie. Da. Ja. Und wie. Und wie. Da. So, ab jetzt sind wir offiziell in der Schweiz. Eigentlich kann ich doch in der Schweiz nach belieben Geschwindigkeitsübertretungen machen, oder? Ich meine, so neutral wie die sind, ist denen das doch dann eigentlich egal, oder nicht? So, ab jetzt geht's. Ja, ich glaube, das liegt noch an den Fehlern im Block mit den KI-Fahrzeugen. Also auf jeden Fall, morgen mal die neuesten Mods ziehen, die neuesten Updates. Deswegen wuppelt's leider zwischendurch noch ein bisschen. Muss mal wieder aktualisieren. Vielleicht gibt's auch schon von dem Wetter-Mod, von der Wetter-Mod hier. Ein Update. Schade, dass es die nicht alle über den Steam Workshop gibt. Sonst da würden die sich nämlich automatisch aktualisieren. Und gerade die Jessie-Cat-Sachen, da wäre ich so glücklich. Was ist mit der Olsen-Bande? Wer ist die Olsen-Bande? Muss man das kennen? Was ist mit der Olsen-Bande? Das letzte Mitglied der Olsen-Bande. Was ist die Olsen-Bande? Das kenne ich nicht. War das ne Band? Na Band? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nee, Vampi, nicht auf den fucking TS-Laden. Ich kann hier einen FTP-Zugang einrichten, aber nicht auf den scheiß TS, da haben solche Sachen nichts zu suchen. Versift nur den ganzen Server. Und ich gehe hier regelmäßig dahin und muss die Festplatte bereinigen, weil die wieder voll ist, weil da wieder irgendwelche Leute ihre Pornos hochgeladen haben oder irgendwelche illegalen Spielekopien. Ah, gib mir doch der Hut! So, Milch ist am Ziel. Jetzt nochmal eben hier ein bisschen gerade rücken. Gerade rücken, habe ich gesagt. Guck mal, wie ich stehe. Milch ist da! Schaut mal! Boah, ich muss die reichen. Und jetzt rüber. Okay. Jetzt machen wir das Ganze noch schön. Woah. Okay. 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 Das war's für heute. das war 1096 entspannte naja meistens entspannte kilometer von bodapest nach bern so jetzt beginnen wir mit der assassin's creed odyssey session in ein paar minuten bleibt also auf dem stream wie gehabt ihr kennt das ja ich übergebe euch jetzt in die schützenden hände unseres pause bildschirms bis gleich